Teacher langsam hätt ich mich beschwert, ihr nimmst nicht du das Battle nicht, ihr nimmst das Battle nicht nicht ernst, yeah. Mach weiter und lass doch keiner Step zu deinem Konzert, du bist die Tech-Sein nicht wert, du so ein Kleid, der sich nicht wert, yeah. Hey Leute, was geht? MoLab ist am Start, ja. So, und heute gibt's ne kleine Runde Dump Ways to Die. Ähm, ja. Du machst keine Hintergrundmusik machen. Ja, ähm, vielleicht haben sich viele gefragt, ähm, Mach doch die scheiß Mucke aus. Das haben sich bestimmt viele gefragt, Alter, dann geh ich woanders hin. Das haben sich bestimmt viele gefragt, warum in letzter Zeit kein Video mehr kam. Ja, das liegt einfach daran, ich hab gesagt, ähm, in meinem Informationsvideo, dass ich, ähm, nur Videos mach, wenn ich Bock hab. Ja, und ich hatte eben halt keinen Bock, Ende von der Sommerferien, oder Anfang von der Sommerferien, Ende von Schulzeit. Ja, pff, und und ich war dann eben noch zwei Wochen in Frankreich. Ja, da konnte ich auch nichts machen. Da würde ich einfach mal sagen, starten wir mal. Und hoffentlich ich ab. Juhu! Vorsichtig! Ja, brav, ich lange! Oh, renn! Renn an den! Der hat aber gar die Haare, muss man sagen. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht! Das ist doch viel zu schwer, Mann! Da ist schon neu reingekommen, ey! Das ist doch ein Scheiß, ey! Echt jetzt, ey! Ey! Das sagt doch, ey, das ist gar nicht gut. Mann, ich will drücken! Ja, ich will drücken! Boah, geschafft! Da drücke ich einfach immer nur irgendwas zusammen. Wird schon passen. Ja, ich kotze mir halt Wude vor dir. Oh, hat er verloren! Ja, das ist mein Sound-Effekt-Pleepi. Ah, scheiße! Nein! Oh! Da braucht man so viele Finger. Oh, gerade nur so. Ich weiß nicht, was man denn machen soll, ey! Das regt mich voll auf! Boah, da kann ich mal ausrasten! Nein, das tue ich aber nicht. Jetzt geht's ab, Alter! Sack's euch! Irgendwas, irgendwas, irgendwas! So, jetzt sind wir so bei 1022. Und jetzt kommt was da. Oh mein Gott, das leck. Leck, 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 leck. Mega leck. Dann bin ich es trotzdem geschafft. Nein! Alter, so ein Scheiß. Echt jetzt. Mann, 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 Mann. Nee, nee, nee. Ja! Alter, was ist das für eine Scheiß-Werbung? Mann, Alter, jetzt, die Werbung kann ich auch nicht rausschneiden. Das regt mich. Alter, verpiss dich, du Scheiß-Werbung. Ja, tut mir leid, wegen der Werbung. Es kommt irgendwie immer. Und jetzt, hoffentlich, kommt es nicht. Nein, ihr dürftet es nicht hochladen, weil ihr da Werbung zahlt. Kauft euch das Spiel nicht, dass da eine Werbung kommt. Das sage ich jetzt einfach so. Mann, Alter, regt mich auf. Wo ist Luther? Ja, dann würde ich mal wieder sagen, gönnt euch kein Abo oder lasst es bleiben. Oh mein Gott, der Hai. Ja, ach genau, was ihr noch sagen wollt. Mein MW3-Fail-Video, oder eher gesagt, unser. Wenn ihr vielleicht mehr sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und schreibt mir auch noch Apps, Apple-Apps, ja. Die ich zocken kann, wenn es gute sind. Ja, wenn es geht, gratis. Ja. So, da würde ich mal wieder sagen, gönnt euch noch ein Abo oder lasst bleiben. Zum vierten Mal, ja. Und tschö mit MÖLAP. 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 주 Vielen Dank.